Unternehmenszukunft. Nach diesem kurzen 10-minütigen Video hast du endlich verstanden, was es mit Innovation und Digitalisierung auf sich hat. All deine Fragezeichen sind beantwortet. Digitalisierung, Innovation, es kommt aus den Ohren raus, wir können es nicht mehr verstehen. In diesem Video erläutere ich dir ganz konkret an einem Fallbeispiel, wie die unternehmerische Zukunft aussieht und was du davon adaptieren kannst für dein Geschäftsmodell. Ich habe hier neulich wieder, tatsächlich bin ich in der ersten Klasse gereist und da gibt es dann immer solche Zeitungen, auch mal auf Papier, einen Bericht vor mir zum Thema am Fallbeispiel von Douglas. Online-Boom rettet Douglas in der Corona-Krise. Doch was hat es damit auf sich? Was bedeutet das für mich als Unternehmer? Wie kann ich das adaptieren? Ich möchte mit dir jetzt mal ein Experiment durchführen und dich mitnehmen auf die Reise. Ich habe das selbst an mir beobachtet. Tatsächlich am Wochenende habe ich durch ein Magazin geblättert und der Effekt ist tatsächlich in der Zukunft wirst du mitgenommen über digitale Kanäle, Social Media, YouTube, Instagram oder auch im Zweifel im Printmedium in eine Welt, in eine Reise, in die du dich gerade begibst in dem Moment. Das heißt, in den Medien wird eine Geschichte erzählt von einer Figur, die Produkte entsprechend wählt, wo du sagst, boah, das ist toll, das will ich auch haben. Und du willst, hast aus dieser Geschichte, aus dem Moment, aus der Emotion heraus, direkt das Bedürfnis zu kaufen. Und dahinter steckt der digitale Wandel. Wenn man das Prinzip verstanden hat, wohin diese Reise geht als Unternehmer, dann kannst du runterbrechen für dich, was bedeutet das jetzt für mich? Das heißt, nehmen wir mal ein anderes Fallbeispiel. Du bist im Thema Interieur unterwegs. Ich merke total diesen harten Cut zwischen E-Commerce und Produkten, die im End-Consumer-Bereich bereits online und digital erwerblich sind und auch unterwegs sind, sehr erfolgreich und Geschäftsbereichen und Branchen, die da so weit hinten dran sind. Das heißt, über digitale Kanäle scrollst du, suchst du, wir haben den ganzen Tag das Handy in der Hand, den Instagram-Feed, den LinkedIn-Feed und die Themen, die dich interessieren. Wir haben jetzt zwei Loft-Einheiten gekauft für unser Büro und auch privat und beschäftigen uns gerade mit dem Thema Umzug. Das heißt, das, was ich brauche, sind Maler, Einrichtungsgegenstände, Sofas, Teppiche und diese ganzen Branchen sind alle nicht digital. Das heißt, die Frage ist, wie schaffe ich das? Die einzige Plattform, die es dir ermöglicht, aktuell mit diesen Branchen in Interaktion zu treten, um ein Moodboard zu kreieren, um das schöne Wohnzimmer oder das fertige neue Büro grafisch, optisch auszugestalten und mit einem Maler ein Gespräch zu führen in dieser Farbpalette, das soll am Ende rauskommen, ist Pinterest. Das ist die einzige Plattform aktuell, wo Unternehmen ihre Produkte posten können in Form von Fotos, und wo du anhand von Collagen dein Moodboard und damit dein Zielbild in der Einrichtung fertigstellen kannst. Was Pinterest aber noch nicht hat, noch nicht, ist der Kaufbutton. Den gibt es auf Instagram bereits. Das heißt, du hast dein Moodboard fertig, gehst in eine Welt rein, richtest es ein, hast idealerweise, bist als Dienstleister vernetzt auf solchen Plattformen und hast nur einen Knopf bestellen, Beratungsgespräch buchen, einkaufen, zack, in den Warenkorb. Durch diese Einfachheit im E-Commerce, im Consumer Good Bereich, nimmt es auch Ausweitungen an auf alle anderen Geschäftsbereiche. Ich hätte kein Problem damit, online ein Sofa für 5000 Euro zu bestellen. Aber es ist ja noch nicht mal da. Das heißt, wenn man in dieser Welt unterwegs ist, in diesen zukünftigen Trends, merkst du auf einmal, wie krass der Aufwand ist, zum Ziel zu kommen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, passend in meiner Einrichtung ein fertiges Produkt zu kreieren. Ob das 4000 oder 6000 Euro kostet, ist gerade egal, weil es soll halt passen und gut aussehen und komfortabel sein. Und ich möchte schnell zum Ziel kommen und eine Lösung. Ich habe keine Lust, wochenlang durch irgendwelche Möbelhäuser zu fahren, geschweige denn jetzt, wo alle zu sind im Lockdown, um da was Passendes auszunehmen. Wie viel Zeit muss ich investieren, um die passende Lösung für mein Problem zu finden? Und das ist die zentrale Frage, die sich hinter Digitalisierung befindet. Das heißt, wichtig ist, wenn du dein Geschäftsmodell weiterentwickeln willst, diese Systematiken zu verstehen, die Interaktion mit deiner Community, mit deiner Audience, welches Problem deines Kunden löst du? Und wie kannst du diese Servicedienstleistung digital über die Kanäle, die es bereits gibt, anknüpfen und präsentieren? Wie kannst du darüber, und das ist das ganze Thema der Riesenballon Online-Marketing, wie kannst du den Weg zu deinem Kunden finden? Den Weg in die Hosentasche deines Kunden, auf das Smartphone. Das ist die Zukunftsmusik. Das heißt, wir verlieren heute nicht mehr gegen den Wettbewerb, sondern wir verlieren gegen die Zeit, die wir nicht nutzen, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen als Unternehmer. Die Unternehmerzukunft ist davon abhängig, wie gut du diese Systematiken und Metriken verstehst und dein Geschäftsmodell darauf anpassen kannst. Es ist nicht einfach. Es gibt keine Blaupause und kein One-Way-Ticket. So kommst du online an, weil das immer eine Interaktion deiner Zielgruppe ist. Und diesen Weg, den musst du erst gehen und herausfinden, was kommt gut bei meiner Zielgruppe an. Sind es einzelne Produktfotos oder sind es Szenenfotos? Sind es mehr Videos? Welche Altersgruppe sind deine Zielgruppe? Das sind alles einzelne Schritte, wie so eine Domino-Kette, die zu erarbeiten ist in der Community über Klicks und Webseitenbesuche, über Abbrüche im Warenkorb, Ansichten und so weiter unterteilen und sharen deiner Beiträge. Das ist das Thema, womit man sich auseinandersetzen muss, um langfristig davon auch profitabel zu gewinnen. Ich komme nochmal zurück auf das Einstiegsbeispiel und gehe mal hier ins Detail rein. Die Corona-Krise hat Spuren in der Bilanz der Parfümeriekette hinterlassen. Klar, Umsatz in den Filialen sinkt. Logisch, dass trotzdem Fixkosten anfallen, weil du musst Miete zahlen. Damit sinkt natürlich die Marge und das EBIT, also der Ertrag des Unternehmens. Dass das Unternehmen trotzdem überraschend gut durch die Krise gekommen ist, verdankt ist dem E-Commerce. So gingen die Umsätze im Online-Handel auf 40,6% mit 822 Millionen Euro nach oben. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man hier mal durchblättert, das sind Produkte unter 100 Euro im Durchschnitt. Also mit kleinen Produkten unter 100 Euro, 822 Millionen. Wir haben im vergangenen Jahr enorm davon profitiert, dass wir sehr früh mit der Digitalisierung begonnen haben und dann konsequent in die Weiterentwicklung investiert haben, erklärt Douglas-Chefin Tina Müller. Also sehr früh damit starten, das ist genau der Effekt. Genauso wie es sagt, sie sehr sagt, rechtzeitig. Du kannst nicht, spätestens jetzt im Lockdown haben wir es gelernt, du kannst nicht sagen, morgen bin ich online und dann läuft die Katze. Das funktioniert nicht. Es ist tatsächlich ein iterativer Prozess, ein Auseinandersetzen mit dem Thema. Und deswegen verlierst du Zeit. Du kannst dir die Zeit später, wenn du sie verloren hast, nur noch teuer einkaufen. Was ist das Problem bei den Großkonzernen? Warum kaufen Großkonzerne? Und das ist egal, ob es die Bankenwirtschaft, die Versicherungswirtschaft oder die Automobilbranche ist. Warum kaufen die Start-ups? Weil sie die Trends verpasst haben. Weil sie das Arbeiten mit der Community, mit dem Außen, mit ihren zukünftigen Kunden nicht trainiert und gelernt haben. Weil sie das nicht in ihren Unternehmensstrukturen etabliert haben. Deswegen kaufen sie jetzt teuer das Wissen in einzelnen Start-ups, die in ihre Geschäftsbereiche reingeht, ein. Und kaufen sich so diese Marktzugänge auch ein. Und das heißt natürlich, du musst halt viel Kohle hinlegen, für die Zeit, die du verpasst hast, das zu entwickeln. Also Unternehmer-Zukunft bedeutet, setz dich mit diesen digitalen Themen auseinander und überleg mal, wie ist die Kundenerlebnisreise, wie holst du den Kunden in die Geschichte, ein Bedürfnis zu wecken und Kauflust zu generieren. Wenn du jemanden kennst, der den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sät und Digitalisierung nicht mehr hören kannst, dann teile dieses Video. Das wird helfen. Du solltest natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass du kein Video verpasst. Vielen Dank. Vielen Dank.